Hallo und herzlich willkommen am Tele-Stammtisch. Einen sowas von traumhaft wunderschönen guten Tag, liebe Menschen da draußen und herzlich willkommen zu einer neuen Runde vom Tele-Stammtisch. Wir besprechen heute einen Film, wo es um Pferde geht, unter anderem. Und wir, das ist der gute Till, ich grüße dich zu dieser illustren Runde. Guten Tag. Hast du Bock? Ich habe sowas von Bock, ja. Pferde sind mein Ding. Nein, sind sie nicht, aber ich habe Bock, ja. Gut, ja und meine Wenigkeit, der gute Kenny. Wir quatschen das ein bisschen über Zoe und Sturm, denn der kommt am 10. August in die Kinos. Und der gute Till erzählt uns jetzt mal, worum es da geht und ob es dir das vielleicht auch lohnt, sich den Film anzugucken. Also, es geht um namensgebende Zoe, also nicht Zoe, sondern Zoe, das ist ganzes Französisch. Und die wird auf dem Gestüt ihrer Eltern geboren und wächst mit Pferden auf. Alles voller Pferde, überall Pferde, sie liebt Pferde. Und ihr Vater ist Jockey und zwar macht der sogenanntes Trabrennen. Da dürfen die Pferde nur traben, so schnell es geht, aber nicht galoppieren. Und die spannen sich so hinten ans Pferd ran, wie so ein Streitwagen im Endeffekt. Und das ist ihr Traum, das möchte sie auch machen, weil sie wechselt Pferden auf, findet das super. Und dann kommt es irgendwann zu einem Unfall während eines Sturms tatsächlich. Und das namensgebende Pferd, Zoe und Sturm, tritt ihr nach einem Sturz mit den Hufen auf den Rücken. So alles, es kracht alles zusammen und dann gibt es einen großen Unfall und danach ist sie querschnittsgelähmt. Und kann somit, ja, ist vom Rollstuhl auf eine Rollstuhl abhängig. Und dann entspinnt sich ein Teenage-Drama. Und es ist kein Pferdefilm. Der Vater ist noch dabei, den Hof zu verlieren. Es geht um einen Geldgeber, der will Leistung sehen. Das ist so die grobe Rahmenhandlung. Aber für alle, die überlegen reinzugehen, weil, oh toll, Pferdefilm, es ist kein Pferdefilm. Ganz wichtig. Und das ist die Story im Endeffekt. Gut, alles klar. Ich muss sagen, ich hatte ja bloß den Trailer gesehen. Ich habe ja den Film selbst nicht gesehen. Ich bin bloß hier, um dich zu auszufragen und auszulöchern. Trotzdem wollte ich ja wissen, worum es da so geht. Und als ich den Trailer gesehen habe, muss ich dir sagen, ich dachte erst, das ist ein Biopic. Weil das sieht doch relativ gut gemacht aus. Das ist wirklich wie so ein Pferde-Tini-Film, wo es nur so um Spaß, Freude und Tralala geht. Sondern das wirkt ja alles so ein bisschen wie, könnte auf einer wahren Geschichte passieren. Das Problem ist, ich habe vom Pferderrennsport überhaupt keine Ahnung. Ich habe von anderen Sportarten genauso wenig Ahnung, wie zum Beispiel jetzt sagen wir mal Tennis. Aber selbst, obwohl ich keine Ahnung vom Tennis habe, kenne ich zumindest eine Handvoll Namen von Tennisspielern und Spielerinnen, die irgendwie erfolgreich waren. Sei das jetzt Boris Becker, Steffi Graf, dann hier die Serena Williams zum Beispiel. Beim Jockey habe ich überhaupt keine Ahnung und keinen Namen. Deswegen wusste ich jetzt nicht, ob es da vielleicht von irgendwem irgendeine richtig spannende Geschichte gibt. Und habe jetzt gedacht, okay, vielleicht ist es ja das hier, dass mir das irgendwie eine Bildungslücke füllt. Aber nein, du sagst, es ist eine fiktive Geschichte. Basiert das auf einem Buch oder ist das selbst geschrieben? Das weiß ich tatsächlich auch nicht. Aber soweit ich das weiß und ich hoffe, ich werde nicht gelünscht, ist es kein Biopic. Und es ist, wie gesagt, ich hatte auch keine Ahnung von, also meine Tochter reitet, ja, so. Ich selber habe mit Pferden aber nicht viel am Hut tatsächlich und ich habe mich halt für diesen Film gemeldet, weil ich dachte, oh toll, ich gucke mir das Ding mal an und dann überlege ich mir, ist das was für mein Kind oder nicht? Weil es ist halt ein Pferdefilm. Sie steht oder stand früher zumindest auf diesem ganzen Ostwind und Bibi und Tina und Kram. Aber gut, dass ich den jetzt, den ich als Screener hatte, alleine geguckt habe, nicht mit Kind. Denn abgesehen davon, dass es kein Biopic ist, ist es auch kein Pferdefilm. Es geht einfach tatsächlich darum, man sieht erst, wie die Familie in Nöten ist und dann wie toll die Tochter mit den Pferden umgehen kann und wie sehr sie Pferde liebt. Und dann einfach tatsächlich, wie die Zoe damit umgeht, dass sie querschnittsgelähmt ist und auf den Rollstuhl angewiesen ist. Es ist tatsächlich ein waschechtes Drama und das Vehikel, nicht nur bildlich gesprochen, sondern im wahrsten Sinne des Wortes, es sind halt die Pferde. Also das könnte auch, das könnte auch Tennis sein, weißt du, als Beispiel. Und da entspinnt sich halt so dieses Ding, Teenager, Pubertät, Ablehnung und sie lehnt alle ab. So und muss, kämpft sich so, versucht sich so ein bisschen zurückzukämpfen mithilfe von so einem, wie heißt denn das? Von so einem Begleiter, von so einem Alltagsbegleiter. Und das ist tatsächlich relativ sehr emotional, was ich nicht gedacht hätte. Der Trailer suggeriert auch was ganz anderes. Also anhand des Trailers, wie gesagt, habe ich mich gemeldet, ja alles klar, ich mache das und dann wird das ein toller Film für mein Kind. Kein Kind will sowas sehen, ganz ehrlich. Das ist wirklich, man ist dem Tränen nah in dem Film, wie sie sich dann zurückkämpft, weil sie erst alle ablehnt und vermeintliche Suizidversuche und all sowas ist da halt auch mit drin. FSK 6, weil es passiert nichts, man sieht nichts, aber es ist halt wirklich so, ja sie steckt halt in der krassen Sinnkrise. Verständlich, ne? Verständlich, ja klar. Wenn du als Kind, sag ich mal, querschnittsgelähmt bist, das ist natürlich ein Einschnitt in dein Leben, wörtlich. Und das Thema wurde ja schon auch in anderen Filmen angesprochen, das ist jetzt so nicht unbedingt das neueste Thema. Da will ich auch gleich nochmal nachfragen, denn ist das auch so ein bisschen inklusionsmäßig im Sinne von Akzeptanz von Leuten mit Behinderung? Mit Rücksichtnahme, ist das so ein bisschen Thema mit da drin oder geht es eigentlich eher um das eigene, um die eigene Bürde? Ja, eher um die eigene, weil um sie herum ist das keine Frage, ihre beste Freundin oder ihre Eltern und auch der Therapeut, der sie begleitet, der natürlich, aber alle drumherum sehen das als gegeben, als ganz natürlich, als ganz normal, als dass sie Teil der Familie und der Gesellschaft ist, aber sie nicht, sie kann das nicht akzeptieren. So rum, so rum ist es eher. Ja, wir haben auch noch, also es beginnt so ein bisschen, wir haben auch noch einen, der auf dem Gestüt arbeitet, der ist, das wird nie gesagt, das heißt einfach, er ist anders oder etwas, vielleicht etwas, etwas sonderbar. Das ist jemand mit Autismus, ganz, ganz okay gespielt und der kann halt extrem gut mit Pferden umgehen. Und da wird am Anfang immer so gesagt, ja, der ist doch nicht ganz normal, also wenn Leute zu Besuch kommen oder die Investoren kommen, das ist dann schon ein bisschen, da wird das ein bisschen angerissen, um vielleicht schon mal so drauf vorzubereiten, dass der Hauptfigur dann auch irgendwie etwas passiert und sie dann auch in Anführungsstrichen nicht mehr normal ist für manche. Aber das ist eher andersrum, dass sie sich als nicht normal fühlt und sie muss lernen, damit umzugehen. Alle anderen kümmern sich total gut, das, ja, so rum wird es eher. Okay, tatsächlich hast du mir dadurch jetzt mehr Lust auf den Film gemacht, weil auf so einen Teenie-Pferde-Film hätte ich jetzt nicht, aber auf das Thema, das kann man sich schon mal geben eigentlich, ganz cool. Eigentlich würdest du sagen, weniger eher was für Teenager, die Bock auf Pferde haben, sondern vielmehr was für Erwachsene, die ein bisschen emotional sich mit dem Thema körperlicher Behinderung beschäftigen wollen oder was? So in die Richtung, ja. Es ist wirklich, also der Trailer, als ich den geguckt habe, ja, und den Film gesehen habe, dachte ich, hä, Bullshit-Vermarktung, da hat jemand anders halt wieder auf Kohle aus wahrscheinlich versucht, die Kids ins Kino zu locken, weil Pferde-Filme ziehen ja nur mal wie Sau. Ja, geht da am besten nicht mit euren Kindern rein. FSK 6, schön und gut, aber wenn die Erwachsenen ein Drama wollen, ganz schön, ganz angenehm, ein bisschen Emotionalität, dann ist das eher die Zielgruppe, ja. Also klassischer Fall von falscher Vermarktung. Ja, ja, genau, wollte ich auch sagen. Das ist ja nicht das erste Mal, dass wir Filme haben, wo der Trailer einfach mal nur die Geschichte, die auch vorgaufe, mit den Möglichkeiten, was vollkommen anderes. Aber gut, dafür sind wir ja hier da beim Tele-Stammtisch, um die Leute aufzuklären, dass die Leute uns zuhören und zu sagen, ey, ist das was für mich oder sowas? Ich hoffe, dass wir die Menschen da draußen erreichen. Falls ja, dann schreibt doch gerne was in die Kommentare. Wir freuen uns da immer überall da, wo es Likes gibt und so, ihr kennt das, ne? Ansonsten, ich bin jetzt tatsächlich geneigt, mir den Film anzugucken. Ob ich ihn mir jetzt im Kino angucken werde, ist natürlich eine andere Frage. Wer aber Bock hat, sich das Ding im Kino anzugucken, das Ding startet am 10. August und geht interessanterweise eine Stunde, 51 Minuten. Sagst du, zu lang oder genau richtig oder hätte es noch länger sein können? Nee, ist okay, ist okay. Also zwei Stunden plus wäre zu viel, 90 Minuten wären gegangen, aber so ist es völlig in Ordnung. Ja, ja, völlig, völlig okay. Eine Frage habe ich noch, hier steht Tragik-Komödie, das Ding so Komödie-Elemente, ja? Nein, eigentlich, also klar, es gibt immer hier und da mal so ein paar witzige, aber nichts, was einer Komödie zugeordnet werden kann. Ich hatte bei IMDb steht, glaube ich, einfach nur Drama und das ist es im Endeffekt. Also IMDb ordnet das ganz gut ein. Nein, keine Komödie, das ist halt, ja, wie in jedem Film, mal so ganz lustige Elemente, das ist aber einfach, weil so Filme funktionieren und nicht, weil es nur Komödie ist. Okay, okay. Noch eine Frage, gibt es noch irgendwie so eine Liebesgeschichte, irgendwie sowas drin, so von der Skala von 1 bis 10, Schnülzigkeit? Oh, gute Frage, das, da würde ich, ne, ich würde auf eine 3, 3 von 10 gehen tatsächlich. Okay, alles klar, interessant. Ja, ist es, wie gesagt, also alles, was man von diesem Film vorher sieht, ist nicht das, was man bekommt, Punkt. Liebe Menschen da draußen, ihr habt es gehört, was er hier gesagt hat. Hast du sonst noch irgendwas, was du gerne hinzufügen möchtest oder was du den Leuten da draußen sagen möchtest für diesen Film? Ja, es ist halt, wie gesagt, es wäre natürlich schön für die Filmemacher, dass der Film gesehen wird, aber ich denke momentan mit dem, was da im Kino auf uns wartet und Barbie ist in aller Munde, Babenheimer ist in aller Munde, Turtles, Mission Impossible immer noch, der wird leider wahrscheinlich wenig Menschen ins Kino treiben, ne. Trotz, da hatten wir noch gar nicht, bevor wir hier Feierabend machen, noch gar nicht drüber gesprochen, es ist immerhin Melanie Laurent, die man unter anderem aus Inglorious Basterds kennt und Danny Houston kennt man auch aus diversen Filmen, Aviator, 21 Gramm, Children of Man, sonst nicht so wild besetzt, die beiden aber schon, die machen das auch super. Vielleicht gibt er dem im Kino mal eine Chance, vielleicht an einem Kinotag, ansonsten easy im Stream, kann man sich gut auch mal leihen, vielleicht für drei, vier Euro, da lohnt sich das schon, ja. Stimmt, die Übersetzung hat man nochmal gerade gemacht, ja. Interessant, dass dann doch solche Größen dabei sind, sag ich mal, ne. Ja, hast du ja, hast du ja manchmal irgendwie so, dass du da so ein, zwei bei hast, ähm, die Bock haben, das merkt man auch und, ja, mein Gott, muss ja nicht immer jeder 20 Millionen Gage verlangen, ne. Stimmt, ja. Richtig. Ja, guckt ihn euch an. Es ist eine Empfehlung, definitiv, auch für nicht Pferdefreunde, wie mich. Und dann schließe ich mich damit ein, weil ich bin auch nicht der größte Pferdefan, auch wenn ich kein Problem damit habe, in der Nähe eines Pferdegestütz zu wohnen, weil das bin ich, das tue ich nämlich, oder habe ich bis zu Gott so gemacht. Ähm, wobei es mal ganz schön ist tatsächlich, wenn man mal so ein paar Pferde vorbeitraten oder so, oder mal so eine Kutsche vorbeikommt, das ist eigentlich ganz cool, finde ich ganz schön. Auch für mich ist es halt nichts, aber gut, anderes Thema. Liebe Freunde da draußen, äh, ich hoffe, ihr könntet euch ein bisschen informieren zu diesem Film jetzt hier durch uns, äh, seid auf dem neuesten Stand und guckt euch, äh, Zoe und Sturm an. Exakt. Und mit der Warnung, nichts für Teenies, nichts für kleine Mädchen, sondern doch eher was für Erwachsene, die Bock auf ein bisschen Drama haben. Ja, ganz genau. Alles klar. So, da würde ich sagen, macht's gut, bis zum nächsten Mal und vergesst nicht, abonnieren und liken, überall wo es Likes gibt, ne, Spotify, Apple, Podcast und so weiter. Ihr kennt das alles, wer uns kennt, der hört uns auch. Äh, das letzte Wort gehört dir, lieber Phil, macht's gut. Genieß den Tag und freut euch über ein schönes Drama. Tschüss. Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt. Wir in der Redaktion des TeleStammtisch betreiben ein semiprofessionelles Podcastprojekt zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns, wir beißen auf. Außerdem freuen wir uns immer über Feedback via Social Media und E-Mail sowie euren finanziellen Support. Ebenso froh locken wir förmliche Bewertungen auf den gängigen Podcastplattformen. Wer möchte, darf uns gern immer und überall empfehlen. Alle relevanten Links findet ihr in den Show Notes. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Euer Andi.